So, jetzt hoffe ich mal, es funktioniert auch alles. Ich hoffe, ja, du bewegst dich sogar in der Kamera. Tust du das immer noch? Ja, sehr cool. Es hat alles funktioniert. Das muss man fast im Kalender vermerken. Ach ja, eigentlich wollte ich ja ein Intro-Gig bringen. Ich wollte, ich wollte... Verlegen wir uns noch einen? Ja, ja, machen wir mal. Ich hatte so eine Idee gehabt. Und zwar, dass ich sage, ich habe endlich wieder Soundmark zurückgebracht. Und dann hätte ich so ein Gespräch mit dir geführt. Und du hättest die Soundmark-Sounds gemacht, aber mit deiner echten Stimme. Und dann später hätten die Leute mitgekriegt, du bist der Echte. Was sind denn so die Sounds? Da muss ich mir ein paar Notizen machen. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann. Also das war jetzt nicht... Okay, warte. Das war ein Sound. Warte mal. Boah, dieses Geräusch beim Hoch- und Runterschalten hier. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann. Oder war es Klappe? Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber Fresse ist auch okay. Ah, mein Stylus ist auch noch. Ja, das war das, was mir immer einfällt bei sowas. Ah, mein Stylus. Jawohl, Herr Inspektor. Muss ich mir noch knängen da vorschreiben, sonst... Und natürlich kannst du einen auf Nordmann machen. Ich meine, du kannst ja fast wirklich einen auf Nordmann machen. Aber wir können beide fast einen auf Nordmann machen. Gut, Nordmann hab ich. Was haben wir noch? Was hatten wir denn noch für Soundmark-Sounds? Ich bin echt am überlegen, was war denn noch bei Soundmark dabei? Weiß ja auch nicht mehr. Oh Gott. Müsst du irgendeinen Stream mal raussuchen. Gegebenenfalls, äh, die besten Soundmark-Sounds, äh, 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 können ja auch mal in die Kommentare und das Video. Von den Leuten, die sich noch auskennen. Weißt du, was schlimm ist? Ich hab von denen bei einem Stream letztens, äh, gesagt bekommen, was ich so alles gemacht hab. Und ich wusste teilweise Sachen davon, wie... Weiß ich echt nicht mehr. Ich überlege gerade, wie es noch weiter ging. Also, ich weiß noch, äh, äh, der Winter ist ein Graus. Ich glaub, ich, 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 ich bleib zu Haus oder ich schlaf mich richtig aus oder so. Denn auch wenn ich so ähnlich heiß bin, ich nicht Santa Claus. Hey! Och man, jetzt geht das schon wieder los. Wollen wir dann mal, äh, unseren eigentlichen Zweck erfüllen hier und, äh... Ja, können wir machen. ...Dugo spielen. Was möchtest du denn? Wie wird denn jetzt eigentlich unser, unser Intro-Deck lauten? Keine Ahnung. Also, ich glaub, den müssen wir jetzt auslassen. Mann! Jetzt hab ich mir extra Notizen gemacht. Verdammt. Na, beim nächsten Mal. Dann... Wie soll die fressen und spiel endlich das Spiel weiter, Mann? Ja, ich, ich weiß schon. Wir werden uns während dieser Aufnahme ausdenken und dann nächstes Mal am Anfang werden wir ihm sagen. Au, mein Fuß! Ja, aua, mein Fuß war da definitiv dabei. Au, mein Fuß! Da war definitiv... Da weiß ich aber den Tonfall nicht mehr. Au, mein Fuß! Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ne. Hast du auch noch was mit Emmys Stimme gemacht? Ich weiß es gerade nicht. So wie Emmys früher? Ja. So, äh, was, was darf ich dir denn jetzt eigentlich für ein Spiel anbieten? Bresine? Flieger? Ich hätte tatsächlich gerne den Berg, weil ich mich daran erinnere, dass der furchtbar war. Der wird noch furchtbarer, wenn wir so spielen, wie wir das gerade, äh, besprochen haben. Du musst mir dann nämlich sagen, links, rechts, vorne, hinten. Ich frag mich, was wir hier dann für einen Lag haben werden, auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht. Den gab's ja früher auch wahrscheinlich. Spracherkennung hat sowieso nochmal einen extra Lag und dann auch noch menschliche Spracherkennung. Also von Mensch zu Mensch. Versuchen wir es einfach mal. Okay. Was, was hab ich denn überhaupt? Ich, äh, links! Ich hab's versucht, so schnell wie möglich. Okay, dann muss ich ein bisschen früher. Mein Name ist Troll, Hugo Troll. Sicher die Fem zum Stürzen. Trollen, go! Oh, warte mal, ich muss wieder ins Fenster reinkappen. Ich hab mal leiser gemacht in der Aufnahme, sonst wird das zu leiser. Oh, was war das denn? Das war in der, da ist, äh... Der Baum findet's toll, wenn die Spitze schmückt ein Troll. Und nun kommt der dritte Start. Okay. Was? Was, der Troll wird hat... Oh, hier oben! Ja! Links! Oh, fast! Scheiße! Aber das kriegen wir noch hin. Mein Name ist Troll, Hugo Troll. Ich mach mal noch ein bisschen leiser, sonst... Ja, jetzt müsste es gehen. Nee. Morgen. Ja, Trollst du heute nicht, Trollst du morgen. Willst du es nochmal machen? Ja. Leo Trollstoi. Okay, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Wir schaffen das, Sven. Gemeinsam. Der Troll, der ist kein Klettermax. Da fang ich gerade hin, weil eigentlich müsstest du ja weg sind. Ach so, ja, eigentlich... Ja, ich muss dann... Dann sehe ich mal weg. Links! Scheiße, wie das... Wie gerade? Wenigstens wiederholen sich diese Samples nicht so schnell. Links! Wie früh denn noch? Das gibt's doch nicht! Ich hab auch keine Ahnung, wie früh das sein muss, damit das geht. Oh Mann, nochmal. Gibt's doch gar nicht. Ich glaub, das können wir nachher nicht mehr hören, diesen Satz. Nee. Deswegen schaffen wir das jetzt, weil mir das so leid sind. Ach ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich das einstellen muss, damit das vernünftig von der Lautstärke ist. Also, bei mir kommt's immer gleich an. Okay, ja, das ist schon mal super. Wenn's bei dir wenigstens ankommt, dann ist das sehr gut. Also auch immer gleich laut, meine ich. Das ändert sich nicht. Verdammt, ich hab keinen Schal für die Augen. Später. Links! Warst du wenigstens mal irgendwann zu früh? Noch früher. Wie früh muss man denn dann, wenn man's schon sieht erst? Ich weiß es nicht. Kann ja nicht sein. Nochmal. Links! Aha! Um! Ich dachte, du hast schon oben gesagt, sorry. Nee. Okay, das war mein. Aber wir haben's geschafft. Wir haben mal einen Sack eingesammelt, ja? Ja, wir haben einen eingesackt. Und nun kommt der dritte Start. Hält der Troll jetzt wieder hart. Oben! Ah! Nicht links! Das hab ich nicht gerechnet. Was? Okay, 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 okay. Was war das denn? Okay. Also, erstmal brauch ich eine Augenbinde. Und dann machen wir mal weiter. Schade aber auch. Aber du trolgst heute nicht. Trolgst du morgen. Haha! Uh-uh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was sagst du, was wir hier machen? Nein, wir machen keinen Spaß. Spaß dürfen wir nicht haben, außer es läuft eine Kamera raus. Wie weit kann ich denn vorrücken, dass man mich noch sieht? Hm, so. Oh, ich muss das auch mal drücken. Ich hoffe, ich kann damit noch sehen, wo ich dann drücken muss. Also, wo ich hin muss. Ich lach noch. Ich fände gleich der Kopf ab. So, ähm. Was muss ich denn jetzt machen? Oh Gott. Äh. Okay. Gib erst mal deinen Namen ein. Ich versuch's mal. Moment. Ähm. Hast du jetzt verbundene Augen? Oder? Das ist ein... Uhuhuhuhu. Oh, okay. Aus dem anderen Grund. Oh, dann hab ich... Ah, okay. Ah, ich hab... Ähm. Dann muss ich hier hin. Äh. A. Ja. X. Ja. Jetzt wird's schwieriger. Äh. Oh Gott. Ähm. Da ist das... Ich hab keine Ahnung, welcher Buchstabe das ist. Ich glaub das J. Dann ist... Äh. Ist das ein I? Ja. Aha. Jetzt muss ich nur noch... A. D. Ja. Und O. Ja. Yes. Sag mir bitte, das war auch wirklich richtig. Du könntest mir ja... Ich glaub, das wirklich richtig ist. Das wär ich ja dann in den Highscores sehen, wenn wir da überhaupt auftauchen. So, jetzt muss ich zwei runter, oder? Für den Berg. Äh. Äh. Mach mal. Nee, du musst erst nach rechts. Ach so. Äh. Und jetzt zwei runter. Okay. Ah. Und jetzt. Oh Gott. Der Treu, der ist kein Klettermax. Ich gehe doch, da wird sein Klacks. Hilfe. Da wird doch nix. Links! Scheiße! Ich hoffe, da war ich jetzt nicht zu langsam. Andererseits, was musst du mit einberechnen? Oh, Troll. Oh, Troll. Der Lizenz zum Stürzen. Troll and go! Auf zum zweiten Versuch! Links! Ja. Yeah! Um! Trollt ab! Links! Oh. Links! Nicht oben! Egal. Oben! Oben! Links! Boah. Links! Läuft! Links! Was? Oben! Rechts! Was? Oh. Oben rechts hat es gezeigt. Okay. Links! Äh. Nicht nix mehr. Mach nix mehr. Okay. Oben. Rallt ab! Links! Links! Oben! Rallt ab! Oben! Rallt ab! Links! Rallt ab! Nix mehr! Stopp, stopp! Links! Links! Äh. Links! Oben rechts! Rallt ab! Rallt ab! Okay. Egal. Links! Boah. Oben! Rallt ab! Links! Links! Wie lange geht das? Ich hab keine Ahnung. Oben! Rallt ab! Oben! Rallt ab! Uuuh, das war knapp. Links! 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 Oben rechts! Rallt ab! Ich versteh das nicht. Ich auch nicht. Ich sag das nächste Mal rechts oben, wenn's dann so weit ist. Hä? Was ist das? Jetzt ist ein Gewicht auf dich draufgefallen. Oh. Warum? Träumt heute nicht, träumt morgen. Okay, das versuchen wir nochmal mit dem... Ach, jetzt musst du deinen Namen wieder eingeben. Ich geb mal irgendwas ein. Ähm. Ähm. Warte mal. Äh, äh, äh. Ich versuch mal wenigstens was... Äh. 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 Ich... finde gerade nicht den... die Taste, die irgendwo hier... Eigentlich müssten F und J... ne Markierung haben. Aber wenn man... Abgewetzt! Ne, warte, ich hab das J gefunden, glaube ich. Äh. Ja, da ist das F. Okay. Äh. Zehn-Finger-Tasten-System. Äh. Versuchen wir's mal. Warte mal. J. Nach J kommt... K. L. A. Äh. Jetzt muss ich gerade mal... Da ist das J. Oben in der Mitte. Huch. Glauje. Ne, das wollte ich nicht. Ähm. Ich wollte... S. Und dann... I. Hab ich jetzt da Klausi stehen? Jep. Perfekt. Na, nächstes Mal Exit-Omnom. Oh, du liebe Güter. Schaff ich. Und dann Max-Ma-Ma-Ma-Ma. Oh Gott. Oh, den Pullover hab ich hier auch irgendwo. Also, nach rechts. Okay. Ja. Und noch mal zwei runter. Okay. Und dann... Wenn ich... Genau, wenn ich... Wenn er wieder mal... Da zeigt er oben rechts an. Irgendwie. Ja, wenn er oben rechts an sagt... Rechts oben sag ich dann. Oder sag einfach rechts. Und ich weiß dann... Also, wenn's... Okay. Gab's denn sonst mal rechts irgendwo? Nee, nie. Nur manchmal, wo's dann so blinkt... Und da bist du dann immer gesprungen, weil ich halt... Oben rechts gesagt hab und du hast dann... Okay, also rechts oben... Also, wenn du irgendwas mit rechts sagst, dann drücke ich rechts und oben gleichzeitig einfach mal. Genau. Versuchen wir's damit. Genau. Kriegen wir hin. Der Troll, der ist kein Klettermax. Ich gehe jedoch, da wird dein Glacks. Links. Uben. Links. Oh. Mist. Schade. Mein Name ist Troll. Hugo Troll. Mit der Lizenz zum Stürzen. Trollen go. Auf zum zweiten Versuch. Links. Ah. Egal. Links. Oh, das war knapp. Oben. Ah. Scheiße. Das war ich. Das war ich. Jeder braucht ihm jetzt toll, wenn die Spitze schluckt ein Troll. Oh, das ist echt schwierig, nicht das Falsche zu drücken. Aber wir kriegen das hin. So, ich heiße jetzt einfach mal nichts, weil das war einfach nicht würdig. I-C-H-T. I-C-H-T. Ja, genau so nenn ich mich. N-I-C-H-T. So, ähm. Wo ist denn jetzt eigentlich die Taste? Bin ich schon, ne, hab ich schon Enter gedrückt? Oder muss ich irgendwas drücken? Ich weiß nicht, Enter nehme ich an, um hier rauszukommen. X steht jetzt da. Okay, einmal rechts und zweimal unten. Einmal rechts, zweimal unten. Wir kriegen das, ich sag dir, wir kriegen das irgendwann hin. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Wenn es das letzte ist, was ich tue. Deswegen, Alter. Links. Links. Oben. Links. Oben. Scheiße. Mein Name ist Troll, Drogo Troll. Tut der Lizenz zum Stürzen. Troll and go. Auf zum zweiten Versuch. Ja, los. Links. Links. Oben. Trolltopp. Oben. Trolltopp. Links. Oh. Schade. Flucht. Mein Name ist Troll. Hugo Troll. Mit der Lizenz zum Stürzen. Und nun kommt der dritte Start. Hält der Troll jetzt wieder hart? Links. Links. Scheiße. Oh. Ah. Oh. Wir sind wieder ein kleines Stück, glaube ich, weitergekommen, aber viel war es nicht. Das hat doch so schön funktioniert vorhin. Ja, das war so. Wo hängt es denn jetzt? Kraft? Ich weiß es auch nicht. Doch mal. Genau. Wir machen das jetzt wirklich und wenn es bis Mitternacht dauert. Ja, und starten. Ich verstehe nicht mal, was er da sagt. Mit dir jedoch, da wird ein Klecks. Links. Oben. Links. Links. Oben. Scheiße, scheiße, noch mal oben. Ah, verflucht. Ja, das wusste ich nicht. Nee, es war auch mein Fehler. Ich habe zu früh gesagt. Was ist das? Auf zum zweiten Versuch. Oben. Oben. Links. 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 Puppen. Sehr schön. Hehehe, so mag ich's. Ich habe es falsch gesagt, aber du hast es richtig gemacht. Ich habe es erkannt am Geräusch. Was passiert hier? Wie blöd ist das denn? Ich sehe es ja nicht. Kannst du später im Stream angucken. Kommt mir beide, so schafft er, merkt mich von alleine. Was? Oh Gott. Ähm. Links. Links. Nein, 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 nein. Scheiße. Mein Name ist Troll. Hugo Troll. Und nun kommt der dritte Start. Hält der Troll jetzt wieder hart. Was meint der damit? Links. Eine Erektion meint er. Um. Trollt ab. Um. Trollt ab. Links. Gleich, dass wir die Säcke nicht mit einsammeln, aber andererseits, das wäre ja... Aber Trollt euch nicht, Trollt's im Morgen. Das können wir nicht tun. Das würde einer Niederlage gleich kommen. Vor allem, ich weiß gar nicht, was ist denn das Ziel dieses Spiels? Also, hört das irgendwann mal auf? Oder wie war das denn? Eigentlich hört das irgendwann auch wieder auf. Ja. Okay, dann nochmal. Ist das ein A? Ja. Gib mir ein X. Gib mir ein I. Äh. Exi. Was ist das? Exi-Zo? Das klingt wie so eine, weiß nicht, wie so eine Wurst. Ach, dann war das jetzt... Oh, dann... So wie Chorizo. Exi-Zo. Warte mal, dann mach ich jetzt einfach mal so weiter. Exi-Zo-M... Okay. Non. Nooom. Exi-Zo-M-Nom. Okay. Das... So müssen wir es jetzt nehmen, so war es schon immer und so wird es bleiben. Okay. Der Troll, der ist Queen-Klecker, Max. Ich drehe jedoch, da wird sein Klacks. Okay. Links. Oben. Rollt ab. Links. Links. Oben. Weißt du, was mir auffällt? Was? Was? Das teilweise die Sounds bei mir früher da sind, als das Bild. Oh. Ich hör, dass du Säcke einsammelst und seh dich aber grad noch drauf zuspringen. Oh. Das scheint tatsächlich ein rechter Lenk zu sein zu mir. Auf zum zweiten Versuch. Links. Um. Rollt ab. Um. Oh. Das habe ich nicht mehr geschafft, rechtzeitig. Mist. Wieder warm findet's toll, wenn die Spitze schnuckt ein Troll. Und nun kommt der dritte Start. Ach, schmück dich, ich habe immer schnuckt verstanden. Oben. Rollt ab. Links. 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 Wir können auch mal die Schwierigkeit erhöhen. Was? Noch erhöhen? Ja, ich könnte mir auch die Augen zubinden. Ich habe es kaum sehen, dass du das sagst. Eben nicht. Stimmt. Ich habe gleich den letzten... Nee. Habe ich nicht, oder? M? Ich wollte U, M. Warte mal. Kriegen wir noch hin. Was ist das? O? Ein O wie Otto. Ist da jetzt ein M dran? Nein, ein Komma. Das hatte ich befürchtet. Ein M? Okay. Äh, und dann... Muss ich nur noch das F finden. Wo ist denn das F? Ah, hier. Da. O-M-G. Das ist ein G. Ja, das ist richtig. Ich wollte ja das... Das wollte ich schreiben. Achso. So, nochmal? Mhm. Okay. Diesmal schaffen wir das. Der Troll, der ist kein Klettermax. Mit dir jedoch, da wird's ein Klacks. Jedoch, da wird's ein Klacks? Mit dir jedoch. Achso, links. Links. Oben. Was lacht dir so schmutzig? Links. Ah, das ist fies. Ich hab gedrückt und dann macht er noch zwei Schritte. So, als ob das... Ja, das dauert tatsächlich ewig, bis ich glaub, der hat einen bestimmten Punkt, bis zu wann du drücken musst und wenn du den überschreitest... Dann läuft er noch ein paar Schritte um. ...läuft er so einen Gang weiter, bis er dann vorbeispringt. Ja. Ich hoffe doch. Ja. Links. Oben. Das war ich. Das war ein Fehler. Ja, ich versuche immer irgendwie zu denken, wie muss ich denn... Also, ich glaube, die Reihenfolge ist immer die gleiche. Meinst du? Ich glaube, erst ein Sack, dann springen, dann zwei Säcke, dann springen und dann wahrscheinlich nochmal springen oder so. Bin mir nicht sicher. Ja. Muss ich mal drauf achten. Jetzt hast du D eingegeben. Ja, irgendwas. Weißt du doch, äh, sie wollen alle das... das D. Oder den D. Ja. Detlef D-Wurst. Links. Oben. Links. Ah, das war schon wieder... Ja, das habe ich gehört am Weiterlaufen. Dass der Web nicht mehr genommen hat. Aber jetzt im Ernst, selbst wenn du das jetzt sehen könntest und normal spielen würdest, das ist total krass, glaube ich. Links. Links. Okay. Das ist merkwürdig. Ich versuche wirklich so schnell, wie ich dich höre. Glaube ich. Und nun kommt der dritte Start. Hält der Troll jetzt wieder hart. Links. Ah, shit. Scheiße. Da hat man einen harten Troll gedacht, zum Beleid. Ich auch. Und wir waren ja ein bisschen steif in unseren Bewegungen, glaube ich. Ja. Ich fürchte auch. Ja, da haben wir ein hartes Los gezogen. Troll-Fragen. Äh, nochmal. Das gibt's doch nicht. Nochmal. Es wird immer schlechter als besser. Ja. Äh, ist das ein N? Ja. No. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen. Äh, Y, X, dann C. Ja. Okay, äh, H. Huch. Ein J. Ja, das sollte nicht mit rein. Ähm. Ist das ein Komma oder ein M? Ein Komma. Verdammt. Jetzt hast du ne M. Nochmal. L. Perfekt. Was ich so alles mit verbundenen Augen kann. Der Föde ist kein Klack, Max. Ich kenne ihn auch gar nicht. Ein Klacks. Links. Oh. Er ist wieder drei Schritte weitergelaufen, bevor er gesprungen ist. Das hab ich gehört. Wie krass. Und ich sag dann jeweils tatsächlich immer, sobald ich an der Ecke schon das Ding überhaupt aufploppen sehe. Dieses Pixel-Säckchen. Wir wollen, go! Auf unserem zweiten Versuch! Krass. Trainiert unsere Reflexe. Links! Oh. Ich hab da oft zu lachen. Links! Ah! Entschuldigung. Egal. Oben. Oben. Links! 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 Egal! Rechts, rechts, rechts! Scheiße. Nochmal rechts! Ah, zu spät. Links! Links! Egal! Bleib, 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 bleib. Oben! Trooooltab! Links! Links! Oben! Trooooltab! Oben! Ah, nein! Links! Scheiße! Das war ich! Scheiße! Ja, das war ich! Trooooltab! Trooooltab! Und jetzt stelle dir vor, du hättest noch invertierte Steuerung! Oh! So wie damals bei Mickey Maus! Ja! Oben! Trooooltab! Links! Links! Ich hab's wieder gehört! Wieder drei Schritte! Das ist ja schlimm! Blöder Troll! Ja! Ich kann noch eine Sache probieren, dafür würde ich jetzt sogar mal schnell... Boah, ist das hell! Ähm, im Discord würde ich eine Sache versuchen! Ja! Und zwar, dass ich meine Videoeinstellungen ein wenig runterstelle... Ne, jetzt kriegst du keine... Äh, warte mal... Ah, 480p ist gut, dann haben wir das... Und dann haben wir 50 Bilder die Sekunde, das müsste dazu führen, dass du schneller ein Bild hast, als vorher... Okay, ich hoffe mal! Ähm, was geb' ich denn jetzt mal ein? N-U-M-L? Achso! Ja, sie wollten es so! So, okay, ähm... Warte mal, sag mir mal, dass ich nach unten drücken soll und ich mach das dann sofort! Und drücken! Und drücken! Und drücken!